Erkrankungen des Kiefergelenks, Diagnose und Behandlung von Kieferschmerzen Das Kiefergelenk ist eines der komplexesten Gelenke im menschlichen KAPR und kann aufgrund seiner vielen Bewegungen und Funktionen anfällig F1 Viertel eher verschiedene Erkrankungen sein. Kieferschmerzen sind ein haufiges Problem, das viele Menschen betrifft und verschiedene Ursachen haben kann. In diesem Video werden wir die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Kiefergelenks, insbesondere von Kieferschmerzen, genauer betrachten. Diagnose von Kieferschmerzen Die Diagnose von Kieferschmerzen kann eine Herausforderung darstellen, da die Schmerzen aus verschiedenen GA1 Viertel den Auftreten kann ihn. Zu den haufigsten Ursachen von Kieferschmerzen GHRNZ-Anignerschen, Kiefergelenkenseeinviertelendungen, Kiefergelenkartrose, Muskelverspannungen und Zahnprobleme. Um die genaue Ursache der Kieferschmerzen zu identifizieren, ist eine GA1 Viertelendliche Untersuchung durch einen Zahnarzt oder Kieferorthopadien erforderlich. In der Regel beginnt die Diagnose mit einer Ausfahr einviertelhörlichen Anamnese, bei der der Patient A1 Viertel BER seine Symptome, bisherige Erkrankungen und eventuelle Verletzungen oder Operationen im Kieferbereich befragt wird. Anschließend erfolgt eine klinische Untersuchung, bei der der Arzt den Kiefer auf Beweglichkeit, Schmerzempfindlichkeit und Fehlstellungen A1 Viertel BERPRA 1 Viertel FT. Je nach Verdachtsdiagnose kann ihn weitere diagnostische Meinnahmen wie RA entgehen Aufnahmen, Magnetresonanztomographie, MRT oder Computertomographie, CT, durch Gefahr 1 Viertel HRT werden. Behandlung von Kieferschmerzen Die Behandlung von Kieferschmerzen HNGT von der zugrunde liegenden Ursache ab und kann je nach Diagnose unterschiedlich ausfallen. Im folgenden werden einige der GANIGEN Behandlungsmethoden FA 1 Viertel R Kieferschmerzen vorgestellt. 1. Z-ANIG-Knirschen Bei Patienten, die unter Z-ANIG-Knirschen leiden, kann eine Aufbissschiene oder eine spezielle Knirscherschiene helfen, die Belastung des Kiefergelenks zu verringern und die Schmerzen zu lindern. Aua-Jerdem-Kanin entspannende Auebungen und Stressbewaltigungstechniken hilfreich sein. 2. Kiefergelenk-Enzereinviertelendungen Enzereinviertelendungen im Kiefergelenk-Kanin mit Enzereinviertelndungshemmenden Medikamenten, physikalischer Therapie und Vaminwendungen behandelt werden. In schweren FALEN kann eine Kortisoninjektion erforderlich sein, um die Enzereinviertelndung zu reduzieren. 3. Kiefergelenkartrose Bei Arthrose im Kiefergelenk kann eine physikalische Therapie, Schmerzmedikation und GGF. Eine arthroskopische Operation erforderlich sein, um die Beweglichkeit des Gelenks zu verbessern und die Schmerzen zu lindern. 4. Muskelverspannungen Muskelverspannungen im Kieferbereich-Kanin mit Massagen, physikalischer Therapie und Muskelrelaxantien behandelt werden. Auch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation kann ihnen hilfreich sein. 5. Zahnprobleme Zahnprobleme wie Caris, Zahnfehlstellungen oder fehlende ZAHNI kann ihnen Kieferschmerzen verursachen. In solchen FALEN ist eine zahnarztliche Behandlung wie Z. B. Eine FA-Einviertelung, eine Zahnspange oder ein Zahnersatz erforderlich, um die Schmerzen zu beseitigen. 6. Prävention von Kieferschmerzen Um Kieferschmerzen vorzubeugen, kann ihnen einige einfache Mainamen ergriffen werden. 7. Dazu geharen Stressbewaltigungstechniken wie Yoga, Meditation oder progressive Muskelentspannung, um Muskelverspannungen im Kieferbereich zu reduzieren. Auf eine gesunde Ernährung achten, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, um die Knochengesundheit im Kiefer zu FARM. Regelmareige zahnarztliche Untersuchungen und professionelle Zahnreinigungen, um Zahnprobleme fra ein Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Vermeidung von harten und klebrigen Lebensmitteln, die das Kiefergelenk belasten kann ihnen. Regelmareige körperliche Aktivität, um die Durchblutung im Kieferbereich zu FARM und Muskelverspannungen vorzubeugen. Fazit Kieferschmerzen kann ihnen ein belastendes Problem sein, das die Lebensqualität beeintrastigen kann. Es ist wichtig, bei anhaltenden oder wiederkehrenden Kieferschmerzen einen Zahnarzt oder Kieferorthopadien aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und die geeignete Behandlung zu erhalten. Mit einer fra ein Viertel zeitigen Diagnose und dem richtigen Behandlungsansatz kann ihnen Kieferschmerzen effektiv gelindert und langfristige Schadden am Kiefergelenk vermieden werden. Die Prävention von Kieferschmerzen durch gesunde Lebensgewohnheiten und regelmareige zahnarztliche Untersuchungen ist ebenfalls von Groaier Bedeutung, um die Gesundheit des Kiefergelenks langfristig zu erhalten.